Es ist ein weiterer Ermittlungserfolg. Drei Geldautomaten-Sprenger wurden in den Niederlanden festgenommen. Sie sollen mitverantwortlich sein für zwei Automaten-Sprengungen in Unterfranken. In Bad Königshofen schlugen die Täter am 19. Februar zu, nur ein paar Tage später auch in Stadt Lauringen. Die Täter gehören zu verschiedenen Gruppierungen. In den Niederlanden werden sie für die Sprengungen ausgebildet. Das ist eigentlich wie eine kleine Firma, muss man das sehen. Zum einen braucht man Fahrzeuge. Also Leute, die die Fahrzeuge beschaffen und auch Leute, die die Fahrzeuge fahren. Dann braucht man Leute, die sich um den Sprengstoff kümmern, die das alles herrichten. Dann müssen diese Sachen auch irgendwo untergestellt werden, versteckt werden. Dann braucht man Sprenger. Dann braucht man Leute, die das vielleicht vorher auskundschaften. Und dann braucht man einen Chef von dem Ganzen. 18 Sprengungen gab es in Bayern bereits in diesem Jahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind es vier Sprengungen mehr. 2023 wurden insgesamt 21 Automaten gesprengt. Die Täter oder die Tätergruppen haben sich über die Jahre hinweg immer mehr professionalisiert. Man sieht es auch daran, dass sie immer mehr Festsprengstoff verwenden. Das ist gefährlicher, der Schaden ist höher, aber die Erfolgsquote ist leider auch höher als mit Gas. Im Juli wurde in Bamberg 15 Tätern der Prozess gemacht. Die Strafen bis zu fünfeinhalb Jahre Haft. Auch darüber wollen wir reden mit Stefan Müller. Herr Müller, wenn Sie diese Bilder sehen, Deutschland scheint ja fast ein Paradies zu sein für Geldautomaten-Sprenger, wenn man diese Zahlen hört. Woran liegt das? Können Sie sich das vorstellen? Das hat sicherlich was damit zu tun, dass Deutschland im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern eine höhere Zahl von Geldautomaten hat. Das wiederum hat sicher auch was damit zu tun, dass in Deutschland noch mehr mit Bargeld bezahlt wird als vielleicht auch in anderen Ländern. Wir reden hier über organisierte Kriminalität und wir wissen ja auch, dass es sich hier insbesondere auch um Banden aus den Niederlanden handelt. Und es ist schon zu besichtigen, dass dort die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen zurückgegangen ist, auch weil viele Geldautomaten oder die Zahl der Geldautomaten reduziert wurde. Und das verlagert sich ganz offensichtlich weiter auf Deutschland. Was kann man denn tun, um hier die Täter abzuschrecken aus Ihrer Sicht? Muss man da mehr nachrüsten? Was wäre da der Ansatzpunkt? Eine Kombination aus vielen verschiedenen Dingen. Also das, was unsere Banken tun können, ist dann auch bestimmte Sicherungsmaßnahmen zu machen. Also diese Geldkassetten in diesen Automaten dann so zu präparieren, dass dann bei einer Sprengung zum Beispiel das Geld, die Geldbanknoten dann eingefärbt werden und damit unbrauchbar werden. Das ist ein Punkt. Dann sicherlich auch dafür zu sorgen, dass gemeinsam mit der Polizei man zu einer Einschätzung kommt, ob dann an bestimmten Orten Geldautomaten halt mehr gefährdet sind für eine solche Sprengung. Das ist ein Punkt, dass wir besprechen, ob nicht auch die Standorte verlegt werden müssen. Und dann braucht es natürlich auch den entsprechenden Fahndungsdruck der Polizei. Wir sind ja im sehr guten Austausch mit den Polizeibehörden in Bayern. Die Zahl geht ja auch zurück, wie wir gehört haben. Also insofern sind wir auf einem guten Weg, aber das Risiko bleibt natürlich weiterhin vorhanden. Das trifft ja vor allem auch oft kleine Filialen auf dem Land. Eben gerade für die Täter praktisch, wenn die Autobahn direkt ums Eck ist, also nicht mitten aus der Großstadt von München, sage ich jetzt mal, rausfahren zu müssen. Ist es gerade für die kleinen Filialen dann noch aufwendiger, weil es ja auch nicht ganz günstig ist, glaube ich, diese Automaten nachzurüsten, oder? Wir reden über einen ordentlichen fünfstelligen Betrag, der dort investiert werden muss, um dann diese Geldautomaten auch so zu präparieren, dass anschließend eben die Banknoten auch unbrauchbar werden. Das ist so. Und klar wird sich dann jede Bank auch die Frage stellen, ob dann Geldautomaten genau an diesem Standort dann noch betrieben werden können. Es gibt nicht die Konsequenz, dass wir uns aus der Fläche zurückziehen und dass dann die Geldautomaten abgebaut werden. Aber natürlich ist es schon ein Thema, dem wir uns da stellen müssen, ja. Jetzt wird ja auch gefährlicher Sprengstoff eingesetzt. Also wenn man die Bilder sieht, die ganzen Hallen werden fast komplett zerstört. Häuser sind einsturzgefährte. Das ist natürlich auch für die Anwohner sehr, sehr gefährlich. Sind da die Strafen Ihrer Meinung nach zu gering? Muss es da mehr Härte vom Gesetz geben? Da hat es ja Nachschärfungen gegeben. Also die Strafen sind ja nochmal angehoben worden. Ich fürchte nur, dass alleine hohe Strafen nicht dazu führen werden, dass die Zahlen dort zurückgehen. Sondern es braucht wirklich die Kombination einerseits das, was die Justiz machen kann, auch mit den Strafen, die verhängt werden. Zum anderen das, was natürlich die Banken auch tun, plus dann eben auch einen entsprechenden Fahndungsdruck bei den Polizeibehörden. Ich würde sagen, diese Kombination wird am Ende dann dazu führen, dass wir dort auch möglicherweise oder zumindest hoffentlich noch eine sinkendere Zahl haben werden. Sie hatten es gerade schon angekündigt. Das heißt jetzt nicht, dass auf dem Land eben auch, sage ich mal, keine Automaten mehr plötzlich zur Verfügung stehen. Also Sie setzen weiter auf Bargeld, wenn ich Sie richtig verstehe. Wo geht denn die Reise dahin in Deutschland? Wenn ich mir Schweden anschaue, da kann man fast nirgends mehr mit Bargeld zahlen. Also das wird wirklich komplett auf Karte gesetzt. Die Deutschen haben da doch noch so ein Faible für. Wie lange wird das noch so weitergehen? Gut, die Banken stellen sich natürlich auf das ein, was die Kunden wollen. Und solange die Kunden tatsächlich auch noch die Bargeldversorgung wollen, weil sie mit Bargeld bezahlen, wird es auch Geldautomaten geben und die Möglichkeit, dann Bargeld zur Verfügung zu stellen. Was wir aber schon genauso sehen ist, wie Sie es beschreiben, dass in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern die Bargeldnutzung zurückgeht. Also wir sind heute bei einer Bargeldnutzung von einer deutlich niedrigeren Zahl, als es früher noch der Fall war. Das ist so. Also auch bei uns nimmt digitale Bezahlmethoden mit Karten etc. natürlich weiter zu. Wo die Reise dahin geht, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, für unsere Banken jedenfalls, solange das Bargeld auch von den Bürgerinnen und Bürgern gewünscht wird, um es zur Verfügung zu stellen.